Ja hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Bioshock Infinite. Wir setzen jetzt mal kurz nach Paris denke ich ja. Und dann gucken wir einfach mal was dort alles schönes ist. Ob der Eiffelturm da noch steht. Oh! Was hat sie denn getan? Hm. Hm. Also der Moment der Wahrheit. New York oder Paris? Paris. Auf jeden Fall. Oh nein. Wir müssen zusehen, dass das Ding irgendwie schneller wird. War das jetzt wirklich der Adler? Was, was, was sollen wir machen? Soll das Ding los werden? Oh, wir können das jetzt steuern? Ne, okay doch nicht. Wir müssen auch irgendeine Art Gashebel oder Beschleuniger geben oder so was. Weißt du wie das Ding aussieht? Keine Ahnung. Wir hätten hier suchen. Wow. Elizabeth! Wir haben doch fest! Ähm. Okay. Was hat der bitte gerade mit dem Schiff gemacht? Hat der das zweimal umgedreht? Oder? Na okay, das werden wir jetzt gleich hier rausfinden. Oh. Das ist es nicht. Doch bestimmt! Doch! 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 Noch einmal! Nein, versuchst du! Gut! Aufhören! Nein, das ist es nicht. Hör auf! Ihr wisst nicht, was ihr tut! Ha! Na also! Nein! Jetzt habt ihr es geschafft! Er kommt zurück! Er kommt zurück! Oh! Danke sehr! Wer seid ihr? Wir sind da, wo wir gebraucht werden. Und werden gebraucht, wo wir sind. Comstock benutzt also diese Songs. Gibt es noch weitere? Einen, der uns Songbird vom Hals hält? Vielleicht sollten sie den Maestro selbst fragen. Und wo ist der? Songbird? Natürlich. Was sind das für Leute? Wenigstens ist das Piano noch da. Jo. Dann lass mal was spielen. Oh. Ja, oder so. Hm. 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 Was war das denn gerade für ein Gestöne? Das ist Comstock Haus. Dort sollten wir anfangen zu suchen. Oh. Oh. Ähm. Wo wollen diese Leute hin? Dort hin, wo es keine Wachspopoli gibt. Springen schon. Los. Spring. Spring. Spring mit dem Heuballen. Oder was du dort hast. Oh je. Ach. Jetzt ist sie auf einmal weg, oder wie? Jo. Hat sich's wohl doch geschafft. Ich will bloß weg hier. Ich hab nichts getan. Was hast du da Geld zurück? Gucken wir doch mal hier rein, was wir alles Schönes haben. Haben wir wieder was für unsere Shotgun? Nicht so aus. Oder? Schadensboost für Schrotflinden. Nice. Also brauchen wir jetzt nur noch einen. Und dann geht's mal so richtig ab. Äh. Eine Magazinvergrößerung für die Panzerfaust wäre glaube ich auch mal möglich. Ach. Ach. Wir können ja jetzt mal ein bisschen mehr Geld ausgeben. Wir haben ja genug. Präzisionsboost. Hm. Ja. Gut. Ich glaub das war jetzt erstmal genug. Ich hab Geld gefunden. Oh. Danke. Oh. Da liegt noch mehr Wasser. Doch nicht. Ja. Oh. Oh. Hat er den gerade umgebracht? Er hat den gerade umgebracht. Der? Du? Hast du den gerade umgebracht? Ähm. Ah. Okay. Das sind böse Leute. Ach. Und jetzt weiß ich was wir vergessen haben zu kaufen. Und zwar Munition für unseren Shotgun. Damit wir sie überhaupt erstmal genießen können. Ähm. Mehr Munition. Nein. Achso. Wir können überhaupt nicht. Oh. Wir haben Munition kaufen. Na gut. Dann eben nicht. Oh. Oh. Ich bin ja etwas tief klein. Oh. 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 Meine Framerate dropped. Ich weiß gar nicht was heute eigentlich los ist. Irgendwie. Irgendwie habe ich heute einige Framerate Probleme. Weil ich schon starten wollte. War das schon ein bisschen toll. Oh. Jetzt bräuchten wir etwas Leben. Elizabeth. Leben. 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 Das weiß ich aber. Öffne ihn. Fertig. Es blutet ja. Ach. Wirklich. Ach. Wirklich blutet das. Oh. Habe ich gar nicht gemerkt dass ich blute. Aber na gut. Gut dass du mal deine Drogen hier dabei hast. Damit wir ein bisschen weiter leben können. Schon dabei. Wobei ich glaube. Wir gehen jetzt erstmal lieber hier oben lang. Und sammeln uns. Mal. Oder sammeln mal ein paar Medikids hier. suggests leise weblikären. Ja. Was. ское. Habe ich. Oh ja. GAWARour juka. edheen. Da. Dazuumen. Aush력BIdin. Dänner. Total Öffn. Das τα. Logan. Was bitte? Jeja. Was. Wobei. Ich bin. Geschwilf. ja wer hat die denn jetzt gekillt wir haben noch feuer warum wird er vorher nicht sauber warum setzt sich die eigentlich nicht ein wir haben hier das wasser was du bist nicht da hat es ihm noch kopf den kopf weg meine long range shotgun ist auch praktikabel ok ich glaube die bräuchten wir wenn wir strom hätten aber beziehungsweise ich nutze es gerade nicht danke dann lade du mal schön nach während ich dir hier mal einen schiss verpasse was hat er denn für eine maske auf sie sieht ja mal echt komisch aus ja gut dann mach das mal auf hier bitte das ist alles keine große was ist das mit diesem song der den vogel ruft das war immer so als kleines mädchen habe ich ihn immer gern gehört gern gehört ich hatte ja nur ihn er fütterte mich brachte mir bücher er war mein freund ja wie lange brauchst du denn noch ich größer wurde dann haste ich ihn weil er mein werter war aber er ist nur kommt stocks geschöpft genau wie ich geschafft oh ein automat was haben wir denn hier oh oh äh was es mal in weil um kommt beruhigt es sich nicht so schnell das hier klebt an unseren händen haben die die haare von den von den abgezogen irgendwie die kopfhaut das ist ja widerlich ja mit dem schloss geht es natürlich beim ersten versuch warum hast du bei dem anderen eigentlich so lange ein schießeisen was ist das okay die waffe ist ja mal richtig nett ok wir haben auch gleich unseren unser schild noch eins und dann haben wir unseren schild voll das ist mal richtig cool da müssen wir unsere treue shotgun jetzt erst erst mal hier liegen lassen ich glaube mit zwei schild ganz rumzulaufen ist nicht gerade sehr toll ladung ok haben wir ok versucht kann es ja mal wert das ist so ähnlich wie die fähigkeit aus bei shop 2 da gab es auch sowas ähnliches ich probiere es einfach mal aus ja damit ja ok das scheint also nur noch jetzt bei gegnern zu funktionieren in dem anderen in dem zweiten teil ging es ja dann eigentlich jederzeit immer oder haben wir noch ein laden gesundheit ok dann holen wir uns vielleicht die shotgun munition noch für später haben wir das denn ach hier so für den karabiner natürlich nein wir brauchen nicht den karabiner wir brauchen das brauchen wir das maschinengewehr genau so nee nicht ach ok jetzt verstehe ich das wir kaufen für die verschiedenen welten ok einmal haben wir die roten von den vox populi wahrscheinlich dann haben wir die ganz normalen wo die stehen weiß ich jetzt aber nicht freut mich schon mal das schießeisen einzusetzen oh ja jetzt testen wir gleich mal die fähigkeit aus oh nicht getroffen so aber trotzdem trotzdem haben wir sie niedergemetzelt oh diese ganze prophetie du glaubst nicht dass man in die zukunft sehen kann ich hab mal was gesehen als ich hier ankam es war ein traum es war new york nur noch viel größer und es stand in flammen hoffentlich färbt die magie des propheten nicht auf dich ab oh haben wir da welche drin warten hallo oh der meister fürchte nur die peitsche laden ab ich hab munition munition für mein schießeisen wow ich versuch nachschub zu liefern oh das ging aber jetzt schnell aber wir hatten ja auch eine ziemlich übertriebene waffe hier okay schade dass heute nicht so viel passiert ist aber ich hoffe ihr hattet trotzdem spaß und wir sehen uns dann einfach beim nächsten mal wenn es denn wieder heißt schlösser knacken in bioshock infinite also rein Bis zum nächsten Mal.